Herzlich willkommen zurück zum MySummerCar Tutorial. Wir bauen den Zetsuma. Wir sind so weit, dass wir heute das Benzinsystem einbauen und die Abgasanlage. So, wir beginnen mit dem Benzin, ich weiß nicht genau, mit diesem Ding. Das kommt in den Motorraum und zwar hier hinten. Das kommt hier und läuft dann hier rum. Man kann super im Motorraum übrigens sitzen, auch wenn der Motor drin ist. Kein Problem. Hier vorne muss er nicht befestigt werden, aber hier hinter sitzt eine Schraube, die man kaum sieht und zwar eine 8er. Jetzt kommt als nächstes der Tank. Der Tank kommt unter das Auto. Wer hätte das gedacht? Um das zu vereinfachen, heben wir das Auto hinten an mit dem Wagenheber. Wir haben jetzt die Handbremse drin. Ziehen wir die mal an, damit er nicht wegrollt. Wobei es an sich ja schon lustiger Gedanke ist, die Handbremse anzuziehen. Ziehen wir mal die Hinterachse hoch. So, wir heben das einfach da drunter. Zack und haben jetzt hier Schrauben. Eins, zwei, drei, vier und von hier auch noch mal drei Stück. Die sind nicht so gleich zugänglich. Das sind 11er Schrauben. Jetzt muss man ein bisschen tricksen. Hier so durch so. Da haben wir eine. Eine. Da hinten sehe ich noch eine. Zwei. Da sieht man es ja. Da haben wir den Tank drin. Zum Tank gehört natürlich der Tank einfüllstutzen. Der endet logischerweise hier. So. Zack. So. Und direkt den Deckel drauf. Und muss auch nicht angeschraubt werden. Der fluppt da einfach rein. So und bevor uns gleich vom Wagenheber runterrutscht, müssen wir hier vorne noch da hinten. Benzinleitung mit dem Tank verbinden. Da kommt man echt nicht toll dran. Da belohnt es sich dann auch mal den Wagen nochmal von der anderen Seite aufzubocken. Denn jetzt sehen wir hier tatsächlich viel besser die Mutter und auch die anderen Schrauben. Also von der Seite aufbocken ist klüger als von hinten. Das ist eine 12er Weite tatsächlich. Ziemlich groß für die Leitung finde ich. Wir nehmen uns das Kanisterchen. Mit F öffnen wir es. Hier müssen wir ein Mausrad dran drehen, um den Tankstutzen zu öffnen. Und kippen da ein bisschen was von einem guten Zeug rein. Jetzt wo wir den Tank dann drin haben, werden wir uns an die Auspuffanlage machen. Hier unten liegt das Rohr. Das Rohr ist kein großes Vergnügen einzubauen, wenn man den Wagen draußen hat. Aber ich mache den kompletten Aufbau hier draußen. Also hey. So. Das soll dann unseren Abgaskrümmer, den wir vorhin gebaut haben. Also der kommt etwa da. Dann schätze ich mal, dass wir hier treffen sollten. Ja. Sehr schön. Das schrauben wir natürlich auch anbesagtem Abgaskrümmer fest mit der Schlüsselweite 7. Zwei hier vorne. Und wir müssen es auch noch am Auto festschrauben. Das haben wir dann einmal... Eine Schraube sitzt hier hinten. Das sieht man jetzt nicht so toll, aber da ist so ein Blech und da wird das dran geschraubt. Ja. Der Endstalldämpfer, der liegt hier hinten. Unübersehbar. Der kommt von hier drunter. Auch 7. Und zwar eine Schraube hier. Zum anderen Auspuff hin muss man es nicht befestigen. Das Pflanzstein war dran. Jetzt haben wir Abgas und Kraftstoffanlage schon komplett drin. Das war es quasi schon für diese Folge. War ein bisschen kürzer als die davor, aber macht ja nichts. Denn in der nächsten Folge geht es direkt weiter mit dem Innenraum und der Karosserie. Bis dahin. Macht's gut. Euer Noko. ich will... Untertitelung des ZDF, 2020